Die Kamera zum Filmen und zum Vortrag hier. Eine Sekunde, wenn du gestartest. Ja, leg dich mal in den Arm von eben. Bitte mir folgen und wir haben dort ein Modell aufgebaut und mit dem Halbkreis aufstellen werde ich Ihnen alles erklären. Die Kleinen bitte nach hinten, gleich vorweg gesagt, damit die Großen vorne mehr sehen. Die, die schlecht hören, die gehen wir auch noch. Komm, es ist einfach. Die sind schön. Die nehme ich mit. Das ist auch gut, ja. Die haben die Böswahl gehört. Aber wenn der Dien nicht kriegt, wir müssen nicht auf den Arm. Nichts anfassen. Auch nicht mitnehmen für den Hausbau. Ach, Scherz. Ja, aber bitte nicht anfassen. So eine Glocke kostet mal ein paar Euro. Dann wird dann eine Eigenspinde befestigt. Dann haben wir sowas mit vorbereitet. So sieht das Ganze dann aus. Das Ganze wird jetzt zentriert über den Formstand angebracht, sodass wir dann mit Hilfe der Schabstelle, wenn wir den Schlag, wo die Glocke angeschlagen werden darf. Nur hier, innen oder außen. Innen, beim Leuten, außen. Sehen Sie bei mir, ich habe noch ein bisschen Schabstelle abgenommen. Also das ist zwar mit dem Grund, warum wir auch zur Wartung kommen, weil man natürlich auf geregte Teile da, die gewartet werden müssen. So. Die Glocke haben wir produziert. Wir haben sie gekossen. Das hat mir ganz sehr wahrscheinlich nichts zu tun. Für die Gnadenkirche in Leipzig-Waren. Das finde ich hier gut, dass du hier genau die Schablone siehst, wie das abgelaufen ist und dann da die Zusammensetzung. Wir haben ja noch den Griff. Wir haben ja noch einen Griff. Wir haben ja noch einen Griff. Wir haben ja wieder Willi. Wir sitzen hier und haben schon die Tour. Und sind fast satt. Jetzt müssen wir gleich den Bär hoch und nachdenken. Und wir sind dann in die Tour. Ja. Ja. Aber das ist ja egal. Ja. Evaluieren. 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 an der Glocke. Glocken ist nicht nur Rufen, alle machen automatisch bei Glocke, sondern das Morgenskirche. Glocke hat viel mehr Funktionen. Mahnen einmal, zum einen, ja, Riosma-Glock zum Beispiel, der Glockenschlag stündlich, halbwürdig, Pausenflocken in der Arbeit. Glockenschlag Hallo, kleinen Moment, kleine Pause bitte. Wir machen ein kleines Experiment. Silenzio! Sammländer Ja, komm auf mein Schloss. Ja, komm auf. Ja, komm auf mein Schloss. Ja, komm auf. 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 Ja, ja, schön. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja.